Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen der Hölle! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Please remain seated in your carriage, we will proceed in just a moment We have been unavoidably detained by prankish spirits Please remain seated in your carriage, we will continue our tour momentarily Join now the spirits in nuptual doom, a ravaging bride, a ravaging bride More? Das war die Bedeutung. Das war's für heute. Die Flucht der Karibik-Wittwasserbahn ist gerade kaputt gegangen und es ist überall Licht an. Unser Reit ist kaputt, jetzt kommt der Fischer. Will er sie jetzt anschubsen oder was? Das ist übrigens schon das zweite Mal heute. Das erste Mal war es bei Phantom Mansion. Das hier ist Peter Pan's Flug-Dingsbums. Das ist die Dumbo. Das heißt, wir sind da. Das heißt, wir laufen jetzt nicht Richtung Dumbo, sondern in die andere Richtung. Ba-la-la-la-la-la-lala-la-la-la. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was kaputt? Ja, der Jones ist kaputt. Siehst du, die Leute gehen alle schon. Tja, nachdem wir gestern... Welche Sachen... Was war das nochmal alles? Erzähl dir mal. Erst war es die Phantom Mansion, die kaputt gegangen ist, aber es ging in der Fahrt noch weiter. Dann war es Flug der Karibik, also Piraten-Files of the Caribbean. Bis zur Hälfte. Bis zur Hälfte, da mussten wir alle raus, dann waren wir alle rausgelotst, irgendwie von hinten. Und jetzt ist es der Tempel von Indiana Jones. Es kam gerade die Durchsage, dass der Reit technisch halt interroptet wurde. Das heißt, er ist kaputt. Ja, einige gehen schon zurück. Mal gucken, vielleicht geht es noch weiter, vielleicht aber auch nicht. Wir werden von oben. Ich wollte so eine coole Aufnahme machen auf der Achterbahn mit der GoPro. Mal gucken, wie das aussieht. Das wird wohl nichts. Wer freut sich? Ich muss nicht. Ich muss nicht auf der Bahn fahren. So, im dritten Versuch sind wir jetzt in... Halper Space Mountain. Mal gucken, ob das jetzt noch klappt. Halper Space Mountain war ein super Erfolg gewesen. Ich habe mich super amüsiert. Katja weniger. Ja, ich darf jetzt keine Witze machen. Mal gucken, es war ja. Spitzel Mamlegum com Anliegen. Alles gut, Naime. Schrauben. cisg四,емся. Nein, nein, ihr seh. mit